Eine Dewdrophut Noch eine Dewdrophut Und Dreamweaver Talisman Ups Du bist mit einem Gefühl von wissen, wie du verstehen kannst in den Cypher-Dream-Codes Oh Ah, damit kann ich jetzt direkt hin und her reisen Hm Wie schwer bist du ein Kilo? Okay 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 Aber auf jeden Fall Take down Dreamstealer It is the Ancient of the Watchers here Cut their powers to the Dreamfields Okay Okay Ah, wahrscheinlich sind jetzt überall die Dinge aufgegangen Mhm These tunnels belong to Nikon Stealer of Dreams Aha Aha Here lays one of the four Canes of Power Time and Tide Aha Ich kann jetzt also nochmal das gesamte Ding abgehen Wow Wo Wow 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 Ja, es ist halt hier jetzt alles offen Ja, Stealer of Dreams Oh, jetzt ist auch das hier offen Ein Amnethyst Wieder einer Prismic Assault Das können wir, soweit ich weiß schon Elemental Magics Was bringt mir das hier? Drei Punkte in Ice Magic Ja, ich glaube, ich lasse das mal Drei Punkte in Ice Magic ist gar nicht mehr so schlecht Banished, das kennen wir bereits, oder? Ja, ich habe Banished bereits hier drin gehabt Aber gut Ich muss allgemein mal gucken, dass ich hier Überschüssige Schriftrollen einfach mal rausschmeiß Force Field, ja Ist Air Magic, okay Das war das, das war das Hier will ich nochmal hin Nordwestern Study The Dreamfields hold many treasures of great knowledge As Dreamweaver you may access this now Das hier sind halt wie gesagt alles Zugänge zum bösen, bösen Endboss Ich will aber wie gesagt hier nochmal hin Und mal gucken, ob hier offen ist Da war der Porter Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich auch Ob ich mich immer noch drehe Ja, ich drehe mich immer noch Amnithists will reveal treasures The king will get you truth Speed and cunning will take the dreamstealer Ja, das war wahrscheinlich das hier Mit gemeint Und hier müsste jetzt theoretisch auch offen sein Ja Diese Tunnel gehören dem Spacko Northeastern Library ist auch offen Wieder ein Traumschlüssel Flash Freeze, das können wir bereits Electro Kinetic Pulse Können wir auch bereits Hm Das ist jetzt wieder die gute Sache Hm, nö Das Elementarbuch geht jetzt wieder an Tarion Book of Elementals Ah, FireEyes Noch eine Blueberry Pie One Crystal Skull Okay Ah, hier Was passiert, wenn ich das jetzt anlege Nee Die Dreher nimmt das nicht raus Gut Cut der Power Find the Staircase Key Fallen Relics Und Power Jam Wave the Staircase Und meet in battle Oh, das ist Dings Das ist das große Finale Fight the Staircase Key The Fallen Relics Und Power Jam Staircase Key Und Power Jam Haben wir bereits Wir waren ja schon ein Teil Im Upper Staircase Also ja, hier ist ein Dreher Hier ist ein Dreher Und Das war's schon Okay Mist Aber ja Ich hab so das Gefühl Ich weiß ungefähr Wie es klappt Und das dürfte dann Die andere Seite öffnen Ah Mist Okay Okay Hm Nicht so viel Und her Hampeln Ist das sobald ich reintappe Oder was Warum Warum passiert das Ja Tatsache Sobald ich da reintrete Hm Wir sind ja auch noch Andere Wege Hm So So Okay Okay Ich habe auf jeden Fall jetzt Stone of Stone gehört. Aber eher nicht aus dieser Richtung. Sondern aus dieser Richtung. Das sieht aus wie ein Wispschiff. Tatsache, da ist ein Wispschiff. Noch eine Blaubeertorte. Und mit dem kann ich was machen. Das war falsch. Also ja, ich gucke erstmal, was ich damit... Aha, ein Skillpunkt und Orva. Das hätte ich jedem geben sollen. Hätte ich das früher gewusst. Oder Reforging Flames. Reforging Flames war hier irgendwo drin. War sogar ein ziemlich einfacher Zauber. Ja. One Skillpoint and aggressive. Mhm. Also auf mehr Schaden. One Skillpoint. Skillpoint ist nicht schlecht eigentlich. Und du... Ein Skillpunkt in Äxte. Und du ein Skillpunkt in Deggers. Weiter gucken. Ja. Ganz ehrlich, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich das hier verbrenne. So. Mhm. Ja, Blaubeerkuchen macht nicht wirklich viel. Milkweed ist Standardzeug. Und noch eine Dosing First Cap, okay. Und ein leeres Sack. Aha. Damit mache ich das auf. Das ist auch cool zu sehen. Noch ein Amnethist. Ja, und hier ist sonst nichts mehr. Dann haben wir nur noch die andere Seite. Ja. Die Tunnel, die zu dem Bösen gehören. Gut. Da würde ich sagen, hier ein Quick Save. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also. Bis dann. Und dann. Und dann. Vielen Dank.